Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahl-Orakel. So schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Oder wenn du ganz neu über dieses Video hierher gefunden hast, begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Hoffe, du fühlst dich hier wohl und kannst ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen. Wir schauen heute wieder, welche Botschaften möchten heute zu dir finden, was ist wichtig für dich, was sollst du, was darfst du wissen. Und dazu darfst du dir sehr gerne einen der drei Stapel hier aussuchen. Geh da ganz intuitiv vor. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist vielleicht auch in zwei oder allen drei Stapeln etwas für dich verborgen. Vielleicht ist aber auch heute gar nichts für dich dabei. Das kann auch immer mal sein. Ist ja ein allgemeines Orakel, kann für dich passen, muss aber nicht. Also nimm dir einfach immer genau das mit, wo du in dir spürst. Das war deine Botschaft und das fühlt sich für dich stimmig und richtig an. Und das ist dann auch für dich bestimmt gewesen und alles andere ist für irgendjemand anders da draußen. Als Auswahlhilfe für den ersten Stapel haben wir heute den grünen Mondstein hier. Und den golden Healer. Golden Healer für Stapel 2. Und den Rubelied für Stapel 3. Und ich habe hier heute mal mein Palo Santo Räucherholz. Ich wollte das die letzten Male schon immer mal machen, aber ich habe das immer vergessen. Ich habe das nämlich bei meinem Kollegen Dano intuitiv gesehen, dass der ein bisschen mit Palo Santo auch geräuchert hat. Und keine Ahnung, ob das wirklich bei dir am Ende ankommt, aber schaden kann es ja auch nicht. Und darum, während du vielleicht hier noch ein bisschen überlegst, räuchere ich mal ein bisschen hier mit dem Palo Santo einfach die Energien aus. Und bitte hier um Klarheit. Ui, das qualmt aber schön. Dass sich die Energien für dich klären, auch in deiner Situation. Dass sich dein Geist klärt. Dass du auch befreit wirst von allem, was dich gerade belastet. Und dass du dich traust, Dinge loszulassen, die schwer sind und die jetzt einfach auch gehen dürfen. Ui. Und ja, während wir hier auch noch heuchern, noch eine kleine Anmerkung. Am kommenden Sonntag, dritter, dritter, nur nochmal die Erinnerung, falls das Video bis dahin guckst. Die kostenlose Kakao-Zeremonie. Sei da gerne noch dabei. Und bis 29. Februar gelten noch die Angebotspreise für die Businesskurse. Also falls dich das ruft, auch nochmal der letzte Reminder, wenn du das Video bis dahin rechtzeitig guckst, dir da vielleicht noch das Angebot zu sichern. Und auf meiner Shop-Seite kannst du jetzt Produkte bewerten. Also du kannst da direkt drauf gehen und eine Bewertung da lassen. Und ich würde dich das auch bitten, so kannst du mir ja auch einen schönen Gefallen tun, etwas zurückschenken. Wenn du schon mal was bei mir in Anspruch genommen hast und das gerne bewerten möchtest, mir dort ein Feedback da lassen möchtest, dann kannst du das direkt auf der Seite tun. Einige von euch habe ich auch per E-Mail kontaktiert. Also wenn du auch eine Mail bekommen hast vielleicht mit der Bitte, eine Bewertung zu schreiben, würde ich mich ganz, ganz doll freuen, wenn du das machen würdest. Das hilft natürlich mir zum einen, weil ich finde es natürlich auch immer toll, das Feedback zu bekommen und dann zu sehen, was die Arbeit bewirkt oder wie zufrieden du einfach bist mit den Sachen, dass es dich weiterbringt, dass es dir eine Freude ist und so weiter. Aber es hilft natürlich eben auch anderen Menschen leichter eine Entscheidung zu treffen und vielleicht mit einem besseren Gefühl noch etwas zu bestellen oder etwas zu buchen. Genau, und dazu kannst du sehr gerne einfach auf die Shop-Seite gehen und dann dein jeweiliges Produkt raussuchen und dann ein bisschen runterscrollen unter die Produktbeschreibung. Da unten stehen dann die Bewertungen und da kannst du auch einfach selber eine verfassen. Genau, das würde mich ganz, ganz doll freuen. Damit machst du mir auf jeden Fall eine Freude. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit dem Orakel und ich fange an mit Stapel 1. Also hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, was sich für dich zeigt. Also was ich am Anfang noch sagen wollte, wir haben heute die Dreifache 8, also ich habe hier drei Stapel mit je acht Karten, also begleitet uns auch die 888 hier heute. Und dann fangen wir mal an mit dem Elfen-Orakel und da zeigt sich die Schöne. Und bei der Schönen, ja, da spüre ich hier natürlich die Frühlingsenergie vom Bild her, von der Energie des Fotos. Ja, und es ist ja jetzt auch genau diese Zeit aufblühen. Die ersten Knospen sind schon wieder zu sehen an den Zweigen. Und es wird wärmer, es ist länger hell und die Energie kommt zurück, das Licht kommt zurück. Und es geht darum, ja, aufzubrechen, aufzublühen, also wieder in eine frische, neue Energie zu kommen und aber auch, ja, sich zu trauen, sich zu zeigen wieder, nachdem man vielleicht auch einen gewissen Winterschlaf gemacht hat oder sich zurückgezogen hat, es ist jetzt wieder mehr die Zeit rauszugehen, sowohl im Echten, im Physischen sozusagen, dass man sowieso gerne wieder mehr Zeit draußen verbringt, aber für dich auch konkret ist es auch Zeit rauszukommen, aus dir herauszukommen, vielleicht auch aus deinem Schneckenhaus herauszukommen und dich zu zeigen, aufzublühen, in die Freude zu kommen, in die Leichtigkeit, in die Schönheit und eben auch zu entdecken, wie schön das Leben ist, wie schön, wie viel Schönheit um dich herum ist, aber natürlich auch in dir deine eigene Schönheit zu entdecken, zu erkennen, wie wundervoll du selber bist und das auch zu zelebrieren und dir wirklich erlauben, aufzublühen und in deine Blüte zu kommen, zu strahlen, zu leuchten und das ist sehr, sehr schön und da kommt auch die Luft dazu. Leben heißt Veränderung, es kommt jetzt vieles in Bewegung und ja, gerade wenn du stagnierst, ist das natürlich eine superschöne Botschaft bestimmt für dich, wenn es jetzt endlich wieder weitergeht, wenn jetzt Dinge in Bewegung kommen. Kann aber auch sein, du merkst davon noch nichts, also es könnte jetzt sein, du spürst das schon richtig doll und es ist richtig viel los und dein Leben wirbelt gerade richtig herum und es ist super, super viel einfach Veränderung da und es bewegt sich und dass das auch schon da ist. Es kann aber auch sein, dass du sagst, nee, irgendwie alles bleibt immer gleich und ich komme überhaupt nicht von der Stelle, trotzdem bewegt sich gerade vieles, ja, auch in dir. Du hast die Schöne, du hast dieses Aufblühen, das frischen Wind, frische Energie, auch die sich jetzt schon in dir breitmacht und das Leben, was dich quasi auffordert, rauszukommen aus dir und das heißt auch, dass sich in dir auf jeden Fall gerade vieles bewegt und in die Veränderung kommt und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch im Außen widerspiegelt und bis du dann auch die Veränderungen merken kannst. So, dann kommt die Ehrlichkeit, deine eigene Wahrheit zu sprechen, erfordert Mut. Was auch wieder passt zu, trau dich aus dir rauszukommen, trau dich, dich zu zeigen und ehrlich zu sein, immer, immer mehr dich darin zu üben, ehrlich zu sein, dir selbst gegenüber, vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, sich selbst gegenüber, wirklich ehrlich zu sein und aber dann natürlich auch, das nach draußen zu kommunizieren, deine eigene Wahrheit zu sprechen und ja, das erfordert Mut, das ist je nach Situation, je nach Umstand, kann das sehr herausfordernd sein, ja, wenn dann Ängste hochkommen, was denkt das Gegenüber, was denken die anderen Menschen, werde ich verurteilt, werde ich zurückgewiesen, werde ich abgelehnt, werde ich ausgelacht, schlägt mir Ärger und Wut entgegen, sowas auch immer oder werde ich verlassen. Da können ja ganz, ganz viele Ängste kommen, wenn du anfängst, immer ehrlicher zu sein oder deine Wahrheit zu sprechen oder vielleicht geht es auch konkret um eine bestimmte Situation, jetzt wo du schon weißt, ich müsste da eigentlich etwas sagen, ich müsste eigentlich etwas ansprechen oder ich belüge mich hier schon die ganze Zeit selber oder ich belüge auch schon mein Gegenüber die ganze Zeit und eigentlich gilt es, etwas auszusprechen und dann ist hier einfach wirklich die Aufforderung, das auch zu tun, weil alles andere auch einfach nichts bringt, wenn du auf einer Lüge weiter aufbaust oder etwas zurückhältst, nicht ganz du selber bist, nicht offen und ehrlich kommunizierst, am Ende fällt das immer wieder in sich zusammen oder es fällt auf dich zurück, es dient am Endeffekt niemandem. Darum, ja, trau dich hier ehrlich zu sein und hier kommt auch Kraft durch Klarheit. Und je klarer du bist in deiner Sprache, in deiner Kommunikation, in deinem Ausdruck, in deinem Selbstausdruck, desto mehr Kraft entsteht in dir, desto mehr Kraft und Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit und Souveränität strahlst du auch nach außen aus. Das heißt, desto mehr kann man dich auch ernst nehmen, desto mehr kann man dir auch mit Respekt begegnen, wenn du dir selber gegenüber respektvoll bist und eben ganz klar weißt, wofür du stehst, was dir wichtig ist oder was deine Wahrheit ist, was deine Werte sind. Und darum ist es so wichtig, mit der Ehrlichkeit jetzt sehr ganz ehrlich auf dich selber zu schauen. Stehst du zu dir selbst? Stehst du zu deinen Werten? Stehst du zu deiner Wahrheit? Tust du das, was du tust, aus freien Stücken von Herzen wirklich gern? Und weil du das wirklich möchtest oder hältst du vielleicht an Sachen fest? Oder bleibst in Situationen oder bei Menschen in Umständen stecken aus irgendeiner Angst oder Unsicherheit oder Zweifeln heraus. Und wenn du ganz klar weißt, was du willst und wer du bist und wofür du stehst und damit dann durchs Leben gehst, dann kann da eine ganz, ganz neue Kraft draus hervorgeboren werden sozusagen. Und darum auch hier dieses, komm aus dir raus, trau dich, du selbst zu sein, trau dich, dich zu zeigen, so wie du wirklich bist. Und es wird dir eine ganz, ganz neue Energie geben und das wird vieles in Bewegung auch bringen. Du bist gut genug. Du bist gut genug und deswegen darfst du dich erzeigen, deswegen darfst du erblühen, erstrahlen, leuchten, dein Licht zeigen, dein Licht in die Welt bringen. Auch hier haben wir ja die Blüte, die aufgegangen ist, die ihr Köpfchen der Sonne entgegenstreckt. Und ja, das darfst du, du darfst dein Leben genießen, du darfst dein Gesicht der Sonnenseite zuwenden, du brauchst dich nicht verstecken und in den Keller gehen sozusagen, damit dich niemand sieht oder so, sondern du bist gut genug, du bist wertvoll, du bist liebenswert und du darfst dich zeigen und du darfst Spaß haben und du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn dann jemand irgendein Problem damit hat, wenn du wirklich offen und ehrlich bist, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du klare, kraftvolle Entscheidungen für dich aus Liebe zu dir selber triffst und wenn da irgendjemand ein Problem damit hat, dann ist das sein Thema, dann ist das das Thema von deinem Gegenüber, aber nicht deins und das hat gar, gar, gar nichts mit dir oder deinem Wert zu tun. Und dann kommt das Haus, ja, trau dich etwas zu verändern. Und da mit der Luft dann im Zusammenhang an, vieles kommt in Bewegung oder vieles möchte in Bewegung kommen und wenn es vielleicht auch gerade so ist, dass du das nicht merkst oder dass da keine Bewegung zu sein scheint, könnte auch ein Grund sein, dass du dich selber nicht traust, die Veränderung zuzulassen. Also an irgendwas festhältst, was dir eben Sicherheit oder Stabilität verspricht, was dir vertraut ist, was auch irgendwo bequem ist, gemütlich geworden ist, ja. Und Veränderung braucht natürlich immer dieses Vertrauen in das Neue, dass es auch wieder gut wird, dass da etwas Neues, etwas Schönes auf dich wartet. Veränderung ist eben immer auch Unsicherheit, weil das, was man hat, kennt man, aber das, was kommt, das weiß man eben nicht. Aber darum sei auch wutig, Veränderung zuzulassen. Trau dich, etwas in die Veränderung zu bringen. Trau dich, Dinge sich verändern zu lassen. Als Krafttier zeigt sich der Frosch. Ich unterstütze dich darin, etwas Neues zu wagen und Risiken einzugehen, um deine Herzenswünsche zu verwirklichen. Wie passend ist das denn, dass du jetzt den Frosch eben bekommst, ja. Der Frosch macht große Sprünge und er weiß ja manchmal gar nicht, wo er da landet. Er muss auch vertrauen, dass die Landung dann gut klappt und dass da ein sicherer Platz ist, auf den er da springt. Und darum bekommst du diese energetische Unterstützung jetzt. Und auch der sagt dir ja eben, geh auch ein Risiko ein. Trau dich, Veränderung überhaupt zuzulassen. Trau dich, auch mal etwas zu wagen und dem Neuen eine Chance zu geben und dann darauf zu vertrauen, dass da, wo du landest, wenn du den Sprung machst, dass es dort gut ist und dass du aufgefangen wirst, dass du gehalten wirst oder dass du das Gleichgewicht halten wirst, wenn du auf die nächste Blüte springst, sozusagen. Oh ja, und passend noch dazu, das Halschakra, ich bin wahrhaftig. Ich erhebe meine Stimme und sage, was ich denke. Ja, auch das wieder zur Ehrlichkeit passt. Und das kannst du dir vielleicht mitnehmen als Affirmation. Ich bin wahrhaftig. Ich spreche stets meine Wahrheit. Ich übe mich darin, ehrlich zu sein. Ich erhebe meine Stimme und sage, was ich denke. Denn ich bin gut genug und was jemand anders dann zu meiner Wahrheit sagt, hat nichts mit mir zu tun, sondern ist nur eine Reflexion meines Gegenübers. Und darum darfst und sollst du hier immer, immer öfter dich darin üben, wahrhaftig zu sein und zu sagen, was du wirklich denkst, was in dir vorgeht, was dir wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind, was du dir wünschst. Und so immer, immer mehr in deinen eigenen, authentischen, echten Weg zu gehen. Ja, somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es war viel Wertvolles für dich dabei. Lass es mich gern in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich, von dir zu lesen. Und lass mir gern ein Abo da, falls du noch kein Mitglied hier bist in der Community. Und schaue natürlich auch gern auf meiner Webseite. Beispielsweise in den Angeboten. Oder wie gesagt, wenn du schon mal was gebucht hast, dann denk doch gerne dran, einmal jetzt rüber zu hüpfen auf die Shop-Seite und mir eine Bewertung dazulassen. Falls du mir noch keine hast zukommen lassen, kannst du das da einfach machen. Und dann schicke ich dir liebe Grüße. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und mache jetzt weiter mit Stapel 2. Hallo an dich, wenn du Stapel 2 gewählt hast. Und wir schauen mal, was ich für dich hier zeige. Und da kommt aus dem Elfen-Orakel die Zweiflerin. Und ja, das zeigt an, es geht um Zweifel, um Selbstzweifel, Unsicherheiten. Gerade bei dir, ja, deine innere Zweiflerin ist gerade sehr aktiv. Und Zweifel hat jeder Mensch, das kennen wir alle. Und die sind ja auch aus der Sicht des Verstandes, von dort kommen die ja. Irgendein innerer Anteil aus dem Verstand, der eben Zweifel hat, Ängste hat, Bedenken hat. Und dieser Anteil möchte dich beschützen. Vielleicht ist es erstmal gut, sich das bewusst zu machen. Diese Zweifel wollen dich beschützen, wollen dich abhalten, einen Fehler zu machen oder zu scheitern. Oder dass irgendwas schief geht eben. Die wollen dich in Sicherheit halten und sagen deshalb, bist du sicher, dass wir das machen sollten? Lass doch lieber da bleiben, wo wir sicher sind und lieber nichts verändern. Lieber kein Risiko eingehen, sondern lieber auch nochmal sicher gehen. Und da darfst du dich einfach fragen, so, was willst du, was willst du, ja, unabhängig von deinen Zweifeln. Die Zweifel dürfen wahrgenommen werden, die wollen ja auch gesehen und gehört werden. Und du darfst dann auch gerne sagen, okay, ich nehme die Zweifel wahr. Ich erkenne, dass du mich beschützen willst, lieber innerer Zweifler. Aber ich will jetzt diesen Weg gehen oder ich will jetzt diese Entscheidung treffen und ich mache das jetzt einfach. Ich nehme die Zweifel mit. Ich werfe sie vielleicht nicht unbedingt über Bord. Ich nehme sie einfach mit und mache es trotzdem. Ja, weil wichtig ist, dass du dich von deinen Zweifeln nicht unbedingt aufhalten lässt. Weil ob Zweifel dann am Ende nun berechtigt sind oder waren, weiß man ja ohnehin dann erst hinterher, wenn man es gemacht hat. Und darum kannst du dir jetzt noch so sehr den Kopf zerbrechen und grübeln und bedenken hier und was könnte denn passieren und was wenn. Aber wissen, wirklich wissen wirst du es erst, wenn du es gemacht hast. Und darum ist es einfach immer gut, nicht zu lange hin und her zu überlegen und den Zweifeln zu viel Raum zu geben, sondern manchmal auch es einfach machen. Einfach machen und dann siehst du ja, wie es sich anfühlt in echt und wenn du es dann machst. Dann weißt du, ob das jetzt eine gute Idee war oder ob das jetzt nicht unbedingt so das Sinnvollste war und dann geht es halt weiter. Dann macht man weiter, aber nur dann weiß man es ja. Weil der Verstand kann sich allerlei Sachen ausdenken. Der findet immer ganz viele Geschichten und Szenarien, die man sich da so ausmalen kann. Aber was davon ist dann wirklich auch real. Das Gewitter zeigt sich für dich. Angestaute Energien müssen freigesetzt werden. Und somit möchte hier entweder etwas ausgesprochen werden, etwas gesagt werden, was du schon lange mit dir herumschleppst, was du vielleicht immer in dich hineinfrist oder immer runterschluckst. Habe ich das gerade schon gesagt? Also etwas, was halt gesagt werden möchte und was du dich bis jetzt nicht getraut hast oder was sich in dir auch festgesetzt hat. Und manchmal muss das dann mal ausgesprochen werden, damit sich auch diese Energie des Nichtgesagten sozusagen, dass das auch wieder raus kann, dass das befreit werden kann. Also wenn du weißt, da gibt es irgendwie einen Konflikt oder eine Situation, wo ich eigentlich was klären müsste, wo ich mal was ansprechen müsste, weil es mich belastet, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielleicht geht es aber auch darum, einfach deinen Körper in Bewegung zu bringen und die Energien körperlich freizusetzen, indem du dich mal richtig schüttelst, hüpfst, springst, tanzt, läufst, Sport machst oder Atemtechniken benutzt, um körperlich die Energien rauszulassen, die sich festgesetzt und angestaut haben. Vielleicht hilft auch eine Massage oder etwas in dergleichen, ein Chiropraktiker, irgendjemand, der dir einfach auf der körperlichen Ebene auch Unterstützung geben kann oder ätherische Öle. Da gibt es, glaube ich, auch einige, mit denen man so emotionale Blockaden oder so etwas lösen kann. Also da schau einfach mal vielleicht, wo es dich hinzieht, was dich ruft, was du dir da Gutes tun kannst, um einfach mal Blockaden zu lösen und Energien freizusetzen. Selbstvertrauen. Du kannst und wirst mit allem zurechtkommen. Ja, das ist für deine Zweiflerin. Denn wenn du Selbstvertrauen hast, wenn du Vertrauen in dich hast, dann können die Zweifel dir eben auch nichts mehr anhaben und dann können die Zweifel nicht dafür sorgen, dass du deinen Weg nicht gehst oder dass du eben Entscheidungen aus Angst triffst oder so. Sondern wenn du auf dich vertraust und weißt, egal was kommt, ich kann und werde damit zurechtkommen. Ich werde immer eine Lösung finden. Ich werde einen Weg finden. Ich weiß, dass das Leben mir keine Aufgabe gibt, mit der ich nicht zurechtkomme und die ich nicht bewältigen kann. Und jede Herausforderung ist ja auch etwas, woran ich wachsen und mich weiterentwickeln kann. Also zu vertrauen bedeutet nicht unbedingt darauf zu vertrauen, dass immer alles gut ist und leicht ist und schön wird, sondern echtes Vertrauen, Urvertrauen, Selbstvertrauen findet seine Basis darin, darauf zu vertrauen, dass egal was kommt, ich kann damit umgehen und ich finde damit einen Weg. Ich kann mich selbst durch die Situation führen und mich darin halten. Und das kannst und wirst du auch. Nur dieser Moment zählt. Ja, vielleicht auch das bezüglich der Zweifel. Wenn du eben da sitzt und zweifelst und bist im Verstand und grübelst und überlegst hin und her, bist du vielleicht auch nicht im Hier und Jetzt beziehungsweise in der Zeit geht eben das Leben auch ein Stück weit an dir vorbei, weil du könntest ja vielleicht auch einfach eben diese Erfahrung machen, anstatt darüber nachzudenken und sie dann physisch erleben und mit all deinen Sinnen und dann einfach die Erfahrung machen und genießen und daraus dann eben weitergehen. Also je mehr Zeit du quasi im Kopf verbringst und einfach da sitzt und überlegst und grübelst, aber nicht ins Umsetzen kommst und nicht in die Erfahrung reinkommst, desto mehr geht das Leben halt an dir vorbei. Ja, deswegen hol dich immer wieder gerne auch zurück ins Hier und Jetzt in diesem Moment. Es gibt immer nur das Jetzt und es gibt immer nur diesen Moment und die Erfahrung, die du jetzt gerade machst. Und je präsenter du eben bist, desto mehr hast du am Ende davon, und desto mehr Lebendigkeit ist einfach dann auch da und Leben und ja, Erfahrung, Weiterentwicklung. Und ja, darum, wenn die Zweifel überhand nehmen, lieber ins Handeln kommen, es einfach machen und dann gucken, ja, wie ist es denn nun, wie war es denn im Endeffekt, wie fühlt es sich jetzt an? Und das kann man übers Grübeln halt einfach nicht herausfinden. Ja, nochmal die Bestätigung, bleibe im Vertrauen auch. Ja, bleibe im Vertrauen. Was soll denn schon schief gehen? Auch immer eine Frage, die man sich stellen kann. Was kann denn wirklich im schlimmsten Fall passieren? Und wäre das wirklich das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und gäbe es denn, wenn das wirklich passiert, dann keinen Ausweg? Oder selbst wenn das schlimmste Szenario passiert, was du dir jetzt vorstellen kannst, was könnte auch darin immer noch das Geschenk sein? Oder ja, du kannst ja deinen Verstand auch nutzen, um dir eben auch Geschichten anderer Art auszudenken und zu überlegen. Und dann kannst du auch schauen, okay, das Schlimmste, was passieren könnte, das wäre dieses und jenes Szenario. Und dann kannst du aber auch hingehen und sagen, aber was könnte denn eine Superheldengeschichte dann in dem Moment sein? Wie könnte sich dann selbst dieses schlimmste Szenario, was ich mir gerade ausmalen kann, wie könnte sich das dann doch noch am Ende in eine Happy-End-Geschichte verwandeln? Und dann eben im Vertrauen bleiben, dass das Leben und das Universum ja unendlich viele Möglichkeiten für dich bereithält und es super viele Möglichkeiten gibt, wie sich etwas entwickeln kann und wie sich etwas auch ganz schnell verändern kann und wie auch ganz schnell aus einer im ersten Moment unangenehmen oder unschönen Situation dann doch auch etwas Gutes entwickeln kann. Also, ja, bleib im Vertrauen, dass Dinge gut werden können und probiere dich aus. Ja, das sagt das Schiff. Probier dich einfach aus, probiere es aus, denn du wirst es anders einfach nicht wissen, ob das jetzt eine gute Idee ist für dich oder nicht. Ob das was für dich sein kann, ob das sich gut und stimmig anfühlt, weißt du nur, wenn du es machst. Und darum, ja, hier die Aufforderung, wirklich folge deinen Träumen, deiner Sehnsucht und du findest eben nur das, wonach du suchst, wenn du auch losgehst und Dinge ausprobierst und Wege ausprobierst. Von, wie gesagt, zu Hause im sicheren Hafen bleiben und dann träumen und überlegen und nachdenken und grübeln, das bringt dich eben auch einfach nicht vorwärts. und du darfst jetzt den sicheren Hafen wirklich verlassen, auf dein Boot, auf dein Schiff steigen, die Meere besegeln sozusagen, also einfach deine Erfahrungen machen und dann schauen, wo dich das Leben auch hinführt. Ja, also deswegen, einfach machen, einfach ausprobieren und dann kriegst du noch das Glücksschwein dazu als Kraft hier. Ich bringe dir Glück, Fruchtbarkeit und Erfolg, feier dich und genieße das Leben. Es hält so viel für dich bereit. Ja, und dafür musst du aber auch rausgehen. Im Hafen, im sicheren Hafen, da ist vielleicht auch mal was los und man kann da vielleicht auch eine schöne Zeit haben, je nachdem, was das für ein Hafen ist, an dem du dich aufwältst. Aber doch hält einfach die Welt ja noch so, 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 so viel mehr für dich bereit. Und darum ist es nötig, einfach bei Zeiten auch mal ab und zu den sicheren Hafen zu verlassen, um auch mal wieder was Neues zu sehen, um etwas Neues kennenzulernen und um vielleicht ja auch noch viel, viel schönere Orte zu entdecken und Erfahrungen zu machen und einfach auch ein bisschen Abenteuer und Nervenkitzel zu haben. Und darum, ja, vertraue auch auf das Glücksschwein, was eben jetzt an deiner Seite ist, dass die Dinge, die du dann in Angriff nimmst, auch erfolgreich sein können, fruchtbar sein können. Dass Wege, die du jetzt beschreitest, ja, Samen, die du pflanzt, auch auf fruchtbarem Boden quasi wachsen können und dass daraus etwas Schönes entstehen kann. Und das Wichtigste ist einfach wirklich, das Leben zu genießen. Und das kannst du eben schwerlich, wenn du ständig in den Zweifeln festhängst und die ganze Zeit nur nachdenkst, aber keine Erfahrungen machst. Ja, das Leben genießen kannst du nur, wenn du es auch lebst und erfährst und auch deine Erfahrungen machst. Und das Sternentor zum guter Netz, ich bin, ich muss nichts erreichen, nichts werden, nichts haben, ich bin und das ist genug. Und darum ist das Ergebnis nämlich egal, wenn du dich auf die Reise machst, wenn du Dinge ausprobierst, ist es egal, ob das jetzt dann Erfolg haben wird, so wie du es dir vielleicht wünschst und vorstellst. Es ist egal, ob du etwas damit erreichst oder jemand wirst oder etwas bekommst. Es geht einfach um die Erfahrung. Und das reicht aus. Leben reicht. Also da kann ich dir auch, weil das jetzt da einfach passt, den Podcast empfehlen, den gleichnamigen, den Leben reicht Podcast. Aaron macht den und super, super, super schöner Podcast. Vielleicht hörst du da einfach mal rein, weil das jetzt hier eben wirklich gut dazu passt. dass der Leben reicht. Man muss nichts erreichen, nichts werden, nichts haben, nichts anhäufen. So wie es jetzt gerade ist, ist es genug und ist es wunderschön. Und egal, ob es gerade eine angenehme oder eine unangenehme Erfahrung ist, so das sagt er auch immer ganz oft, wer bewertet denn, ob ein unangenehmes Gefühl jetzt besser oder schlechter ist als ein gutes Gefühl. Auch im Schmerz kann ganz viel Schönheit liegen und nichts ist besser oder schlechter. Und darum, ja, du bist und du lebst und das ist genug und daraus kann ganz, ganz, ganz viel entstehen und wachsen und sich entwickeln. Wenn du einfach dir immer sagst, hey, ich bin und das reicht. Ich bin, ich mache meine Erfahrungen, ich gehe hier meinen Weg, ich treffe meine Entscheidungen, ich probiere Sachen aus, ich probiere mich aus. und egal, was dabei herauskommt, es ist okay, so wie es ist, es ist genug, es ist gut. Es darf gut sein, ich lasse es gut sein. Ich erlaube mir, es gut sein zu lassen. Es ist gut. Genau, und somit sind das deine Botschaften. Ich hoffe, es unterstützt dich und es war was Wertvolles für dich dabei. Lass es mich gern in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Ich freue mich von dir zu lesen. Vergiss nicht, mir ein Abo da zu lassen, falls du noch nicht Abonnent bist und hier vielleicht schon öfters reingeschaut und immer was für dich mitnehmen konntest, dann verpasst du auch die neuen Videos nicht und schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei, wenn du ein persönliches Reading oder ein meiner Kurse da Interesse hast oder an den Kartendecks oder an der Kakao-Zeremonie. Du findest alle Angebote, alle Infos auf der Seite und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich dich hier im nächsten Video auch wieder begrüßen darf und wir uns hier wieder treffen und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, alles Liebe und ich mache weiter mit dem dritten Stapel. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal, was zeigt sich denn hier für dich. Die Gabe der Feinfühligkeit und ja, das zeigt, du bist ein sehr sensitives, ein sehr empathisches, empfindsames, ein sehr zartes Wesen und sehr, sehr, sehr feinfühlig eben, vielleicht auch sehr, mir fällt gerade das Wort nicht, ein empfindlich, nee, das war es nicht, vielleicht kommst du noch im Laufe der Zeit, da war noch irgendein anderes Wort, aber sehr, du nimmst sehr, sehr viel wahr, du fühlst sehr viel oder du spürst sehr viel und das kann manchmal überfordernd sein, es ist eine Gabe, feinfühlig zu sein und eben mehr wahrzunehmen und zu spüren als vielleicht die meisten anderen Menschen, dein Gegenüber vielleicht sehr zu spüren, das, was nicht gesagt wird, zu fühlen, dass vielleicht was zwischen den Worten liegt oder das, was unter dem Gesagten liegt, das zu fühlen ist eine Gabe und das kann man auch sehr, sehr schön nutzen, gerade auch in vielleicht Coaching und Heilarbeit oder so, oder generell einfach in der Arbeit mit anderen Menschen. kann das schon nützlich sein, auch einfach zu spüren, was noch gesagt wird, was nicht mit den Worten rauskommt sozusagen, aber es kann natürlich manchmal auch überfordernd sein, wenn man sich da nicht abgrenzen kann oder vielleicht, wenn man auch gar nicht erkennt, was ist jetzt eigentlich meins und was ist von den anderen oder von meinem Gegenüber. Vielleicht fühlst du auch oft Gefühle, Emotionen, die vielleicht gar nicht deine eigenen sind, sondern von deinem Gegenüber und dann denkst du irgendwie, du bist gerade wütend oder traurig, aber das ist gar nicht deins, sondern von jemand anders und dann kann es eben auch Auslaugen und Energiekosten und Kraftkosten, da ist es dann hilfreich, wenn du lernst, dich da abzugrenzen, bei dir zu bleiben und herauszufinden wirklich, was ist deins und was gehört eben nicht zu dir. Da können einfach die Energien, die Schwingungen, die Dinge, die du dort spürst und wahrnimmst, auch einfach sehr, sehr viel sein. Darum brauchst du bestimmt auch immer viel Zeit für dich und im Rückzug und alleine sein, weil es dich vielleicht auch hier und da überfordert, gerade vielleicht auch, wo viele Menschen sind oder auch wenn du mit anderen Menschen warst, je nachdem, wie präsent die dann sind in ihrer Energie und wie viel du vielleicht davon aufgenommen hast, dass du dann immer wieder so Rückzug brauchst und der Herbst kommt für dich. Es ist die Zeit, das Alte loszulassen. Also hier möchte ich noch mal etwas gehen, etwas Altes, was dich vielleicht schon lange begleitet hat oder was vielleicht auch schon länger eine Herausforderung ist oder eine Belastung. Ja, auch das darf dann losgelassen werden und wenn du nicht weißt, wie du loslassen sollst und wie das geht, dann vertraue darauf, dass das automatisch geschieht mit der Zeit. Ja, Zeit ist wirklich das Tool, um loszulassen, weil mit der Zeit kann man alles loslassen, was losgelassen werden möchte. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, an manchen Sachen hält man halt einfach länger fest und möchte das einfach nicht gehen lassen oder stellt sich dagegen und in den Widerstand. Aber das, was aus deinem Leben gehen möchte, was dort einfach keinen Platz mehr hat oder was Platz machen soll für etwas Besseres, das wird gehen. Das kann man nicht aufhalten. Aber manchmal stellen wir uns eben dann noch eine ganze Weile dem in den Weg und sagen, nein, ich will das aber nicht. Ich will, dass es anders ist. Ich möchte, dass das jetzt so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dadurch entsteht dann Schmerz und Leid, ja, einfach nur durch den Widerstand. Aber letzten Endes, wenn etwas Zeit ist, loszulassen, dann kommen wir da eh nicht drum rum und da tun wir dann schon gut, den Widerstand eben so früh, wie es eben geht, dann aufzulösen. Aber, ja, dass das, was nicht für dich bestimmt ist oder nicht mehr dienlich für dich ist, dass das geht, das kannst du sowieso nicht aufhalten. Und wenn du eben schon merkst, oh, ich bin damit was im Widerstand und ich halte hier irgendwie fest, aber das verursacht so viel Schmerz und Leid, dann weißt du, okay, dieses Leid, dieser Schmerz, das kommt durch den Widerstand, das kommt durch das Festhalten und das Leben will nicht, dass du leidest. Ja, du hältst eben einfach fest und bist nicht einverstanden mit dem, was gerade ist. Und da gilt es anzunehmen und dem Leben zu vertrauen, dass alles für dich geschieht. Ja, guck, die Negativität in jeder Situation steckt etwas Gutes. Ja, auch im Loslassen und auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, am Ende werden wir immer erkennen, wozu das gut war. Manchmal sieht man es eben in dem Moment nicht, aber du kannst trotzdem dich darin üben, weil ja, der Verstand ist immer schnell dabei mit negativen Gedanken und vielleicht gerade, wenn du auch eine sehr aktive und präsente Schwarzmalerin oder einen Schwarzmaler in dir hast, der einfach sehr, sehr gut darin ist, sich Geschichten auszudenken, die super unangenehm und schmerzhaft und leidvoll und dramatisch vor allen Dingen sind, dann kannst du dich darin üben und zu schauen, okay, wenn ich jetzt mir eine andere Geschichte mal ausdenken würde, eine, die gut ist und die angenehm ist und die ein Happy End hat, wie könnte denn meine Situation sich dann entwickeln? Also versuchen, optimistisch und zuversichtlich darauf zu schauen und sich nicht immer die schlimmsten Szenarien und die dramatischsten Dinge auszudenken mit dem Verstand, weil damit schickst du einfach dann diese Energie auch in die Zukunft. Also wenn du dir immer wieder dramatische Szenen überlegst in deinem Kopf, kann es durchaus auch sein, dass sich das dann auch in der Zukunft zeigt und da dann eben zu schauen, okay, hey, wie könnte sich denn aber diese Situation auch positiv entwickeln, so wie wäre es denn, wenn das gut ist, was gerade passiert, wenn ich da einfach auch was Gutes erkennen könnte und wenn ich das Gute jetzt einfach mal mitnehme aus dem, was gerade ist, weil es gibt immer, immer, immer etwas Gutes und etwas Schlechtes beziehungsweise du kannst alles, was ist, negativ betrachten oder auch positiv betrachten und egal was ist, wirst du Glück und Leid erfahren, also nur wie sich das dann zeigt und welche Art von Glück und welche Art von Leid, so das ist dann eben je nach Situation verschieden, aber es wird nichts geben, was nur rein positiv ist oder rein negativ, so darum sind wir in der Welt der Dualität und darum gibt es immer beide Seiten, egal was es ist, es gibt immer beides und die Frage ist eben, worauf richtest du deinen Fokus und wo geht die meiste Aufmerksamkeit hin und zu mehr Selbsterkenntnis darf es hier auch gehen, dich selbst noch besser kennenlernen, dich selbst beobachten, tief tauchen vielleicht in deine Seelenwelt, in dein Unterbewusstes, zu schauen, wie du funktionierst, wie dein Verstand funktioniert, wie bestimmte Muster in dir vielleicht aktiviert werden und ablaufen und je mehr Erkenntnis du über dich selber hast und je besser du dich kennst, desto besser kannst du auch in deinem Leben navigieren, Entscheidungen treffen, umlenken oder auch mit Situationen umgehen, auch wenn du erkennst, meine Schwarzmalerin ist gerade wieder hier aktiv, ich habe gerade wieder voll die negativen Gedanken und Projektionen in die Zukunft, interessant, beobachte das mal und dann vielleicht, hey, was ist denn, wenn ich das jetzt nicht weiterdenke, was ist, wenn ich jetzt versuche mal diese Gedanken loszulassen und mich auf was Schönes zu konzentrieren, weil nur du entscheidest das ja, worauf du deine Energie und deine Aufmerksamkeit richtest. Kein Grund zur Panik. Also dieses Orakel heute möchte dir definitiv sagen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt eben keinen Grund für diese Negativität. Es steckt was Gutes in deiner Situation und vielleicht siehst du es jetzt noch nicht, aber es wird sich zeigen und ja, hier deine geistigen Führer sagen dir, bleib ruhig, bleib entspannt, das ist alles gut. Du siehst das zwar nicht, aber dein geistiges Team oder deine Seele, das Universum, wer auch immer, die wissen ja schon, wo es für dich hingehen soll und warum das jetzt gerade geschieht. Und du darfst darauf vertrauen, dass das Leben das gut mit dir meint und dass es für dich passiert und dass alles, alles, alles gut ist und sich gut entwickeln wird. Ja, guck, dein Herz kennt den Weg. Dein Herz kennt den Weg und darum, du weißt bestimmt schon hier, worum es geht beim Loslassen, was losgelassen, hinter dir gelassen werden möchte. Da hält aber noch ein Anteil ganz dolle daran fest und der malt sich eben die schlimmsten Szenarien aus, was passiert, wenn man das jetzt loslässt und wie es dann weitergeht und was da Schlimmes jetzt draus passiert und warum man das unbedingt festhalten muss. Aber, 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 die Botschaft hier ist ja, dein Herz kennt den Weg, deine Seele kennt den Weg und das ist alles gut und tief, tief, tief in dir, in deinem Herzen wirst du das auch spüren, diese Ruhe, dieses Vertrauen, diese Sicherheit und dieses tiefe Wissen, ja, so eigentlich weiß ich, dass ich loslassen muss und dass auch nichts Schlimmes passieren wird, aber halt dieser negative Anteil in mir, der macht hier einfach Terror und Drama und der denkt, die Welt bricht zusammen und alles geht unter. Aber wenn du weißt, dass das einfach nur Gedanken sind und dass das einfach nur ein Anteil von dir ist, der dich beschützen will und der halt Angst hat, ja, dann kannst du hingehen und sagen, hey, ich sehe meine Angst, ich erkenne meine Angst, ich erkenne gerade meine Sorgen, meine Zweifel, aber ich bleibe ruhig, so ich gehe jetzt nicht ins Drama und in die Panik, ich bleibe ruhig, ich vertraue meinem Herzen, ich vertraue meinem Gefühl auch hier. Du bist ja feinfühlig auch, also du spürst ja auch die Energien auch, auch für dich selber in deiner Situation und die Drachenenergie kriegst du auch noch dazu. Ich fordere dich auf, über dich hinaus zu wachsen und deine bisher unterdrückten Potenziale und Kräfte zu nehmen. Also es ist Zeit, stärker zu werden, in deine Kraft zu kommen, hier wirklich, ja, über dich hinaus zu wachsen, darum geht es für dich jetzt in der Situation. Dass du einfach lernst, wozu du imstande bist und was du alles überstehen kannst und wie kraft- und machtvoll du bist, wie machtvoll auch deine Gedanken sind. Deswegen, und da ist noch ganz viel in dir, was du bisher nicht gelebt hast, was du bisher nicht erkannt hast, nicht entdeckt hast, und was jetzt halt auch, ja, auch rauskommen möchte, auch erblühen möchte, so wie in Stapel 1, da hatten wir das auch mit dem Erblühen, mit aus dem, aus sich rauskommen. Vielleicht ist da auch noch was für dich dabei. Ja, aber sehr, sehr schön, diese Drachenkraft einfach, ja, die in dir jetzt erweckt werden möchte, das Feuer, Leidenschaft, Lebensenergie, da ist ganz, ganz viel Potenzial einfach, das möchte hier jetzt befreit werden und das wirst du durch diese Erfahrung jetzt auch befreien, weil du hinterher wissen wirst, wozu du halt entstanden bist und dass es am Ende doch gar nicht so schlimm war und du deinem Herzen auch vertrauen kannst, deinem Gefühl vertrauen kannst. Hier kommt das auch noch mal mitfühlend, ich bin mitfühlend, ich begegne allen Wesen dieser Erde mit Liebe und Respekt. Und das heißt nicht unbedingt, dass du immer lieb und nett und freundlich sein musst und niemals irgendwie Grenzen setzen und deine Meinung sagen darf, weil die Liebe redet auch mal Klartext und ist eben auch Respekt vor, ja, Respekt zu haben bedeutet eben auch offen und ehrlich zu kommunizieren, weil ja auch das Gegenüber verdient hat, mit Ehrlichkeit behandelt zu werden, ja, und du musst auch niemanden so beschützen, ja, vielleicht vor deiner eigenen Wahrheit, sondern du darfst wirklich auch sagen, was du denkst, was du fühlst und du darfst auch mitfühlend mit dir selber sein und darfst auch mitfühlend mit deinem Gegenüber sein und trotzdem auch Grenzen setzen, auch trotzdem Grenzen setzen, wo du weißt, hey, das wird mein Gegenüber vielleicht verletzen oder nicht so schön finden und doch ist genau das aber Liebe und Respekt vor, das zu tun, wenn es deine Grenze ist und niemand im Außen hat ja was davon, wenn du eben ja, da zu viel Rücksicht nimmst und niemanden verletzen möchtest oder so, ja, also auch wenn du sehr mitfühlend und sensitiv bist und eben auch dann diese Gefühle von deinem Gegenüber auch selber spürst, ja, es ist trotzdem wichtig, dass du auch dir selber respektvoll begegnest und auch dir erlaubst, Grenzen zu setzen, wenn es nötig ist, auch wenn das dein Gegenüber im ersten Moment vielleicht nicht schön findet oder eine Herausforderung, dann ist für dein Gegenüber, aber manchmal ist das eben nötig und ja, Ehrlichkeit, Liebe, Respekt, so das ist immer das Wichtigste und dann auch dem Gegenüber zuzumuten, ja, dass der auch kraftvoll und machtvoll ist, mit solchen Situationen umzugehen und daraus auch etwas zu lernen und auch daraus stärker hervorzugehen, also du musst niemanden beschützen und du musst niemanden versuchen vor etwas zu bewahren oder so, ja, auch wenn du vielleicht selber weißt, wie unangenehm manche Sachen sind, aber ja, traue deinem Gegenüber auch zu, mit Dingen umgehen zu können und Lösungen zu finden und ja, diese Erfahrung auch bewältigen zu können. Ja, somit sind das die Botschaften für dich für heute, ich hoffe, es unterstützt dich, lass es mich gern in den Kommentaren wissen, freue mich von dir zu lesen, schau auch gern auf meiner Webseite vorbei, wenn du magst, für ein persönliches Reading oder die Karten deckst oder meine Kurse und dann freue ich mich, wenn du hier im nächsten Video wieder dabei bist, lass mir gern ein Abo oder falls noch kein Abonnent bist, damit du das nicht verpasst und dann schicke ich dir liebe Grüße und sage bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.